Hört doch bitte jetzt endlich auf, eure Fahrzeuge sinnlos anzuzünden. Achtung, die nachfolgenden Bilder könnten für einige verstörend werden. So Jungs und Mädels, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe die 24er schon ausgepackt und wir sind hier beim Big Bike Meet 2023. So wie die Geräuschküle sehe, ist mir das glaube ich richtig krank. Und es ist komplette Action, hat ja schon einiges gehört. Ich habe einige Storys gesehen, dass hier komplett abgerissen wurde, nachts mit irgendetern und so weiter. Schauen wir mal, was wird, ich bin gespannt. Es ist relativ matschig, ich habe gedacht wir nehmen die 24er, denn meine andere tut mir da schon ein bisschen weh. Weil da ist alles gemacht, die ist trotzdem noch original, da kann die schon mal dreckig werden. In dem Sinne, melden wir uns jetzt mal an und dann schauen wir uns mal die Action da dran. Hallo! So, der Wahnsinn kann beginnen, ich habe meine Bändchen. Hey, Papa, Papa, tschüss. Bruder, ist das HWK-Camp da oder da? Weißt du nicht? Okay. Ja, okay. Hey, da ist einfach mein 350 Design. Billig nachgemacht. Junge, krass. Sieht genauso aus wie meine. Wir sind billig. Alter Helmut, heute billiger, morgens teuer. Oha, Gott, 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 96,50 Euro, oh Gott. Ich habe jetzt schon keine Worte für diese Veranstaltung. Ich glaube, man kann hier einfach wenig fahren, aber sauviel Blödsinn machen. Komm, ich nehme dich mit. Geiler Typ, komm rauf. Hallo. Ja, da war ich. Das ist auch das geilste Gefällt von diesem ganzen Festival, oder? Hä? Ja, fahr uns rein. Hallo. Geil. Junge, was fällt hier rum? Das ist so bescheuert. Oh Gott, er macht das Burnout. Oh Gott. Oh Gott. Junge, da ist auch einfach ein Traktor. Ja. Alter. Alter, das war doch. Alter. Alter, scheiße. Junge, die Fahrt, was ist da los? Was ist denn da? Das ist so warm, schon. Ey, oh. Jetzt haben wir noch mal mit uns, dass ich deine Füße zurückgehe. Oh ja, nein. Jetzt werden wir's schaufen, warte. Sau cringe. Ich, klar, komm, das mach ich. Ich? Klar, komm, das mach ich. Der macht so übertrieben schnell. Oh Gott. Oh, wow, wow. Ich film jetzt einfach Arsch, du nicht durch, dann ist mein Video fertig. Ey, was passiert hier jetzt? Oh Gott. Warum haben die einfach einen Motor dabei? Hä? Was ist hier los? Der Mann fühlt's. Warum hat man da sowas dabei? Bringt das BBM auf ein altes Level. Was macht man eigentlich so mit dem Motor? Okay, hallo. A few moments later. Okay, hallo. Können wir das Foto machen? Ja. Diese Schilder sind in dieses Jahr. Soll nicht funktionieren. Wir feiern dein Content. Danke. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bruder, was ist mit dir passiert? Bruder, ich bin fett hier oben. Nicht deine Hose. Digga, guck nicht. Mach auf. Er hat die Werkzeug. Warte mal, mach sie gut, guck mal runter. Nee. Ja, okay. Okay, okay. Ich denke, was ist das für ein bisschen los? Nein, Bro. Ich bin ein Mensch. Ich bin so wie ein Reptil, Bro. Wie Krokodil. Der will dir was trinken geben. Ja, jetzt. Okay, kleines Zwischenfazit. Das ist auf jeden Fall absolut verrückt. Jetzt regnet es mal wieder. Und ich glaube, dass es jetzt im Camp bei dem Matsch, den wir haben, nur noch geil werden kann. Papa! Hast du mich wieder erwischt? Habe ich ihn erwischt? Jetzt wird es gut. Junge! Ich sehe schon, der Tank ist leer. Der Tank ist leer. Mein schönes Muppet. Oh Gott, das war keine gute Idee. Vierdusche. Ja, ja, bitte. Scheine, sechze Gang. Scheine, sechze Gang. Ich mache die Vierdusche. Vierdusche. Soll ich mitspulen oder ohne? Ohne, ohne. Okay, lass mit. Warte, 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 warte. Willkommen jetzt auf YouTube-Videos an. Oh Gott, du musst jetzt auf jeden Fall duschen gehen, oder? Ich will mich kurz vorfahren. Ja, dann musst du ihn fragen. Ja, ich habe gar keinen Bock da drauf. Ich sage es ihnen. Kommt's wieder hierher. Oh shit. Fuck. Soll ich ... jipre ... Bis zum nächsten Mal.